Danke für die Rettung, Sir. Mein Volk will nur in Frieden mit der Natur leben, aber die böse Ameisenkönigin hält einen Teil von uns gefangen. Befreit mein Volk, Sir Fortescue, und ihr werdet reichlich belohnt. Da sind wir. Ich öffne euch die Tür. Diese Glühwürmchen sind meine Freunde und leuchten euch in der Dunkelheit. Ihr habt das Feenvolk vor den bösen Ameisen gerettet. Zur Belohnung lasse ich euch in den Heldensaal. Ich war zwar noch nie dort, aber ich habe gehört, da drin gibt's freie Tränke.